Was aus deiner Sicht sind so nächste Entwicklungsschritte? Was ahnst du schon, was läuft gerade schon, was ist in Vorbereitung, was müsste passieren aus deiner Sicht, was sind die nächsten Schritte? Also ich glaube, wenn ich jetzt sozusagen als Vertreterin der modernen kognitiven behavioralen Therapie spreche, die ja viel Gutes gebracht hat, also das möchte ich einfach nochmal sagen, natürlich sind wir denkende Wesen und es ist ganz wichtig, dass wir uns Gedanken machen. Wir haben aber doch einen Effekt oder ein Ergebnis, dass wir einen Mythos über unser selbst haben. Ja, wir glauben den ganzen Mist, den wir denken. Das ist das Problem. Ja, und da ist meine Vision, dass wir diesen Schwerpunkt darauf und diesen Kanal, ich sehe das wie so ein Kanal, durch den wir schauen, dass wir den am Ende öffnen und auf ein breiteres Feld kommen, im besten Falle auf das emotionale Feld. Und sehen, wir haben auch noch andere Zugänge und andere Kanäle, durch die wir schauen und spazieren können, um zu einem wirklich substanziell guten Ergebnis zu kommen. Und ich glaube, das ist doch das einzig wirklich, zumindest für mich Wichtige, dass ich sehe, beobachte, empirisch beobachte, was das mit Patienten macht und wie es ihnen hilft. Und das Wichtige erscheint mir auch, dass in einer modernen Form von Therapie, Embodiment ein fester Bestandteil wird, egal aus welcher Schule, man dann wiederkommt. In Würdigung immer dessen, was auch andere machen, ob klopfen, winken, reiben, sonst irgendwas, wedeln. Das hat alles irgendwie seine Berechtigung und es muss auch zu mir als Therapeut passen, aber dass es mehr etabliert wird, dass wir das auch sagen dürfen. Also dass Praktiker tun es oft schon, aber dass wir auch darüber sprechen dürfen auf Kongressen, wo auch Wissenschaftlichkeit ein hoher Anspruch ist. Wir sollten auch darüber reden und darüber müssen wir auch reden. Und was glaubst du aus wissenssoziologischer Sicht wären da wichtige nächste Schritte, um das mal zu etablieren? Ja, wir brauchen Forschungsprojekte dazu. Wir brauchen Forschungsprojekte und das ist aber wirklich eine sehr, sehr heikle Sache, weil dieser Körper in der Psychotherapie, der ist ja auch negativ besetzt. Also auch das sich gegenseitig berühren, das ist ein absolutes No-Go. Wir dürfen unsere Patienten nicht berühren. Ich meine, Analytiker der orthodoxen Schule, die denken heute noch darüber nach, ob sie ihren Patienten die Hand geben. Wie absurd ist das denn? Die Verhaltenstherapeuten tun sich da vielleicht ein bisschen leichter, aber selbst die haben Schwierigkeiten, in eine wirkliche Berührung zu kommen. Und vielleicht ist das der nächste Schritt, nicht nur in emotionale Berührung zu kommen, sondern auch in eine körperliche Berührung. Und wenn ich mich das hier hören sage, dann weiß ich schon, dass unter mir das Feuer lodert. Du sagst, wir bräuchten Forschung. Wir bräuchten Forschung, ja. Wie groß siehst du die Chance an, dass an den Fakultäten oder an den Forschungsinstitutionen da eine Offenheit ist für Praxis? Das ist ja ein bisschen Praxisforschung, glaube ich auch, was du da beschreibst. Das kann man auch verstehen, wenn man mit Wissenschaftlern spricht, dass man nicht das große Ganze erforschen kann, sondern dass dann die einzelnen Teile sich zusammensetzen. Deswegen würde ich dafür plädieren, dass auch Menschen, die nicht angebunden sind an eine Universität, sich zusammentun zu Arbeitsgruppen und Forschung machen, so wie du das gemacht hast, und Crowdfunding machen oder sonst etwas. Und von der Praxis weg für Praktiker forschen. Ich tue das auch in einer Arbeitsgruppe, um Gerner Taukel. Und es ist wirklich schwer, auch Anerkannterin zu werden. Aber ich glaube, die Kunst ist das Durchhalten und das nicht atemlos und nicht mühelos zu werden. Also das nicht aufzugeben und da dran zu bleiben. Und ich glaube, wir sind ja auch da, um diese Kugel nach vorne zu schieben. Vielleicht noch eine Frage. Wir haben Steven Porges hier als Gast gehabt. Der hat einen Prä-Kongress gemacht, Vortrag, Workshop und du hattest ihn gerade eben erwähnt. Was ist für dich ganz persönlich wichtig gewesen oder wichtig von dem, was er macht an Forschung? Also dass er den sozialen, also den Interaktionsaspekt mit berücksichtigt. Und das machen wir zum Beispiel in der Arbeit mit Paaren. Also auch der, was jetzt ganz stark beforscht wird, also Resonanz. Da haben wir auch Bauer gehört, also großartig. Und Synchronie, ja, was Tschacher erforscht. Da hat er ja als Grandmaster of the Polyvagal Theorie ja schon wesentliche Forschung bereitet, dass es einen Selbstfokus gibt, aber auch einen Interaktionsfokus. Dass wir Emotionen miteinander spiegeln und dass das Problem behaftet sein kann. Und das ist für mich in der Tiefe, auch weil ich mich sehr dafür interessiere, was Neurowissenschaft zu bieten hat und was auch die neuronalen Prozesse anbelangt, dass es hier eine Übersetzung gibt, dass es sozusagen ein Korrelat gibt, an dem wir das auch festmachen können. Telefonat. Also, es ist ein Korrelat, dass es uns auch immer wieder um die Rechte hat. Es ist nicht die Verständigkeit. Und Sie sind die Verständigkeit. Und Sie sind die Verständigkeit.